naja weil er da rein fiedelt weil es sterben wird auf jeden fall ja ich mein liming kriege ich hier eh nicht also logge ich mal ein gsul ein ach ich habe vergessen zu reporten ach wir haben die gegen uns jetzt den korn holio der war letzte runde bei uns im team ja komm hier alle nehmen kälters kälters first bun das gibt eine liming was mit mir zu tun bekommen ah man was Okay, wenn die jetzt keine, keine Li Ming nehmen, ne? Blau verbannt. Ah, find ich gut. Nice. Optimal. Zulia, oh. Es ist Zeit. Oh, yes. Da, der Korn Julio, der war bei uns letzte Runde. Ich weiß noch nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Stitches. Nee, nee, das war Bikini Bottom. Ja, stimmt. Wer war das? War das sogar der Falster? Lol. Auf jeden Fall kann er ja nicht so Bombe gewesen sein und er hat Illidan gepickt auf den Gsul. Ja, haha. GG. Ach, blöde ist nur mit dem Heal, ne? Ja, Lily ist super. Blind. Für Kerrigan und Illidan. Alter, was war Illidan für ein Pik schon wieder, ne? Da haben wir jetzt eigentlich das geilere Team. Kerrigan und Illidan? Ich weiß ja nicht. Ja, ja, das sind die beiden. Der Rang 4 mit dem, äh, Bob. Die waren letzte Runde bei uns im Team, glaube ich. Nee. Oder? Du, ich durfte doch verbanen. Im Gegner-Team gewesen sein. Bisher durfte ich jedes Spiel verbanen. Ja, stimmt. Dann haben wir letzte Runde auch schon gegen die gespielt. Das kann auch sein. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja. War ja, ne? Das wäre nicht so geil. Ich lose es heute schon. Aber ich kann mich an, äh, Korn Julio erinnern. Erinnern. Wollen wir in der Mitte einen abholen? Versuchen? Ja. Okay. I collect Globes. Die Schlacht beginnt in... 10 Sekunden... ...5... ...4... ...3... ...2... ...1... ... ... ... ... ... ... Ich habe keine Lust mehr den Leuten zu schreiben. War aber sinnlos. Was? Die Reise beginnt. Die Reise beginnt. Die beteilenden Spinnenhaus. Bringt die Juwelen der Macht zu meinem... Wache. ... ... Gut, gut. Job. Ich gehe mal runter im Thriller helfen. Oh yes. Back, back, Mitte, Rega. Ach, shit. Ah, das ist echt mies. Mies, 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 mies. Ich habe doch gedrückt. Ah. Da sind wir doch besser rausgegangen. Wer hätte es gedacht? Ich gehe wieder bot. Vielleicht sollten wir mal bezahlen. Ja, habe ich schon. Ah. Okay. Kann ich nicht. Ich muss hochkommen. Und. Und damage. Oh. Ey, wie knapp das schon wieder war. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ich bin noch nicht da. Oh, nice. Der Thriller ist aber gar nicht übel von uns. Das ist doch, das ist doch. Das ist doch, das ist doch. W funnend. Oh, da haben wir oben. Bist du schon mal? Ja. Gibt es nicht mehr clean. Ja. Es wird überzogen. Those werden die Flink. Dann wird die Flink. Der Flink. Das war's. Oh mein Gott. Was eine Massenschlägerei. Ich konnte den Illy da noch in die Tower schubsen. Ja, als ihr gesehen bevor ich gestorben bin, konnte ich auch noch ein Gefängnis drauf machen auch sehen. Oh. Die Greediness vom Rega. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Der Sryle spielt nicht schlecht, aber der kennt nur eine Richtung nach vorne. Nice. Hat was schön vom Feilsack gemacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, nice. Oh, nice. All right. Boah, was ein Fight Der Erreger von denen ist richtig schlecht Ja Uh, den hatten wir auch noch fast Hm, war knapp Nice Oh, voll satt Oh, oh, oh Raus hier Oh Sind zwar viele tot, aber Muss reichen Full Position Ja Das sagt er auch wenn schon alle weg sind Das war spitzenmäßig Das war spitzenmäßig Oh mein Boss da Ah, ich bezahl noch eben Easy Wie gesagt Das liegt auch daran, dass der Räger da mal reinfeedet Der war eben schon wieder der Erste, der schon oben ist Ja Aber so ist es dann halt Ne Wie auch in unseren Games, wenn wir so hart verlieren Ja Direkt ein Portabag hier Ja Ich meine Abgang Stets Vorwärts Ja Ja Wir können fast wieder bezahlen Ein bisschen fehlt noch Naja Aber Boah Ein Lonen des Zissi, ne Da unten ein Räger in der Mitte Warte Ah, haben sie es doch vorher geschafft Schade Komm, warum müssen wir Johanna hier abholen Was dahint Hä Ich habe hier irgendwo einen Portabag weggemacht Ja Boah Boah, wie schnell wir die Deffen, ne Hauen sich auch gar nicht gegen uns Kein Wunder, ich würde mich auch nicht trauen, ey Jetzt haben wir auch wieder CC dabei, ordentlich Warte, 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 warte Lass den S 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 Ah, wird schon geil Ah, die war fast tot Ah, die kriegen wir noch, kriegen wir noch Nice Li Ming und Rega Oh, die feedet schon die Li Ming, hast du gesehen? Ne Oh, die hat sich einfach so holen lassen Würde ich bei dem Rega aber auch machen, ey, Junge Guck mal, die Johanna auch, die geht ja auch nur noch im Kreis Endlich, Mann, endlich haben wir mal die Noobs gegen uns Viel Slack, Wegman Nein Oh, fertig hier Ich sag ja doch, die feedet rein Dafür wird die auch reportet Ah, Johanna auch An den neuen Team Ich glaube, ja Also Li Ming und Johanna können wir reporten Jede Runde wird einer reportet, mindestens, ey Ja, mindestens Alter Schwede Das ist echt krass Ja, ja, klar Oh, Mann Unser Falzot war ein guter, ey Der war mit seiner Ulti getroffen Ja Der hat auch, äh, die Damage-Ulti geskillt, ne Muss man auch sagen Und auf, äh, Auto-Attack primär sehe ich gerade Ja, ne Ja, der hat auch Auto-Attack-Skilled Okay Tschüss Ja, das ist Ja, das ist Ja